Ihr seid einfach bei mir, ok? Ja. Wir werden es ja gleich hören dann. Puh. Verdammt, die Waffenbaufront. Ich hasse Glück, ich hasse Glück. Scheiße, verdammt. Ja, leider ist die Waffenbaufront. Ähm, ich habe euch eine Sirene versprochen. Dort auf diesem Haus, da stand sie mal vor kurzer Zeit noch, aber die ist wohl abgebaut worden. Sorry dafür, ich hoffe ihr habt irgendwas gehört von den umliegenden Sirenen und ja. Tschau.